...so einem Spiel mit dabei zu sein, ich hab so groß... Und da ist der Pass, jetzt der Abschluss! Er versucht's! Sterne Parade, er hat sich den Beifall wirklich verdient! Oh, Tor! So, das... Hier ist Josep Bilicic. Das ist die Möglichkeit! Für die gute Beifall! Dieses Spiel ist wirklich herausragend, sie haben bis hierhin... Der muss sitzen! Und die Möglichkeit! Das ist, glaube ich, offensichtlich, dass der Trainer den Angreifern gesagt hat, wartet jetzt auf die schnellen Gegenangriffe. Ah, okay, heißt also, nach Ballgewinn ruckzuck umschalten. Genau so sieht's aus, Marco. Der Schlüsselfaktor ist natürlich Tempo. Er zieht... Er sitzt! Da haut er ihn einfach weg! Und sie holen ihn sich prompt zurück! Da kommt der Pass in die Gasse! Und der kommt an! Und er schießt! Auf die Gasse! Ich bin so.